Hallo und herzlich willkommen zum 23. Türchen des Starstable Adventskalenders. Heute ist dieser Winternachtsmonocle hinter dem Türchen. Wie immer den Code kopieren, sich auf seinem Account einloggen, den Code einfügen und auf Einlösen klicken. Dann müsst ihr nur noch im Spiel zum Briefkasten gehen und euer Monocle abholen. So sieht das Monocle aus. Und so sieht das Set aus, was wir bis jetzt zusammen haben. Ich vermute, dass noch Schuhe, Handschuhe, eine Kopfschleife und eine Satteltasche und vielleicht auch noch Gamaschen kommen. Aber ich würde mal sagen, wir lassen uns einfach überraschen. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und sage dann bis zum morgigen Türchen. Tschüss!